Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und heute wird es wieder so ein bisschen einen kleinen Corona-Vlog geben. Ich bin gerade sehr wütend, sehr sauer, sehr aufgebracht, alles in einem, denn wir versuchen, jetzt kann ich nicht mal reden schon, weil ich so sauer bin, wir versuchen die ganze Zeit beim Gesundheitsamt anzurufen. Wir wurden so gesehen im Stich gelassen. Seitdem wir in Quarantäne sind, hat sich nicht einer bei uns gemeldet, man kann auch nicht beim Gesundheitsamt zurückrufen, es geht einfach niemand dran, schlicht und weg werden wir alleine gelassen. Wir haben bei so vielen Nummern vom Gesundheitsamt angerufen, sogar Nummern, die eigentlich nichts mit dieser Corona-Hotline und 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 zu tun haben. Uns kann keiner helfen. So, wir haben letzte Woche schon einen Test gemacht, da habe ich einen Schnelltest gemacht, zu Hause mehrere, die sind alle negativ ausgefallen. Als wir dann zu unserer Corona-Station gefahren sind, also zu unserer Zentrale da, wo man die Tests machen kann, also im Krankenhaus bei uns, haben wir den Wisch mitgenommen, den wir da bekommen haben, wo sich alles übrigens widersprochen hat in diesem Dokument. Ja, auf jeden Fall sind wir dann zu dieser Teststelle gefahren und dann haben die Mädels, die dort waren, uns gesagt, hey, nee, ihr habt Symptome, ihr müsst bitte wieder einen PCR machen. Gut, dann haben wir den gemacht. Ich bin eigentlich zu 100% davon ausgegangen, dass dieser negativ ausfallen wird, weil alle meine Schnelltests sind nämlich auch negativ ausgefallen. Juhu, dann kam das Ergebnis und was war dann? Nach zwei Tagen war der positiv. Also wir haben gemacht und zwei Tage später haben wir dann unseren Test per Corona-Wahnabkommen und dieser war positiv. Wir waren alle geschockt, Pascal war geschockt, wir waren beide noch Corona-positiv. So Leute, wir haben jetzt eine Stunde später und wir haben tatsächlich jemanden erreicht. Also Pascal hat jemanden erreicht, gerade so knapp noch. Da ist eine sehr nette Dame rangegangen, die uns dann ein paar Telefonnummern gegeben hat und wo wir durchtelefoniert haben. Tatsächlich, die Frau hat gesagt, wir müssen nochmal ein PCR machen. Unser letzter Test ist positiv ausgefallen bei einem Wert von 31,83, glaube ich. Das ist knapp unter der Grenze, also bei 32 ist man Corona-positiv. Also so gesehen sind wir Corona-negativ, aber dennoch Corona-positiv. Deswegen schlägt auch der Schnelltest nicht aus. Der Wert ist halt knapp an 32 dran, deswegen wurde der mit positiv bewertet. Also in der Hoffnung jetzt könnte es sein, dass wir kein Corona mehr haben. Aber wir werden uns jetzt darum kümmern, dass wir irgendwo einen Termin bekommen. Und mal schauen. Die Frau hat gesagt, wir müssen uns heute oder morgen testen lassen. Wir werden jetzt mal bei ein paar Teststellen anrufen und gucken, was wir dort erreichen. Weil bei den meisten Teststellen braucht man einen Überweisungsschein vom Hausarzt. Da komme ich jetzt nicht ran, weil ich eigentlich so gesehen die Wohnung nicht verlassen darf. Und wir haben ja so ein Dokument bekommen. Und dieses Dokument soll so gesehen auch als Überweisungsschein zählen. Also mit diesem Dokument kannst du zu den Teststellen gehen und dich dort testen lassen. Ich bin gespannt, wie das Ganze jetzt weitergehen wird. Und mal schauen, Leute, auf jeden Fall. Ich halte euch auf dem Laufenden. So, ich bin jetzt gerade wieder bei meinem Bild mit bei. Und mir fehlt nur noch oben das Stück und dann bin ich fertig. Also wie gesagt, die anderen sind schon fertig. Ich habe für dieses Bild ziemlich, ziemlich lange gebraucht. Also normalerweise habe ich immer zwei Tage gebraucht für ein Bild. An dem hänge ich jetzt wirklich schon fünf, sechs Tage. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte beim dritten Bild auch ehrlich gesagt gar keine Lust mehr. Und ich habe jetzt diese drei Bilder gemacht. Und das ist dann jetzt für mich auch genügend. Mehr werde ich nicht machen. Die kommen dann, wie gesagt, da hinten dann hin. Da werde ich noch drei Rahmen bei Amazon bestellen. Und dann hat sich das. Ich werde nie wieder Diamond Painting machen. Also es ist zwar wirklich irgendwo ein Suchtfaktor am Anfang. Aber zum Ende hin will man irgendwann nur noch diese Bilder einfach fertig machen. Und vor allem, ich muss mich hier mal hinhocken, hinknien, keine Ahnung. Und dann mit meinem Bein gegen die Tischkante und keine Ahnung. Also das ist mehr anstrengender als weiß ich nicht was. Deswegen bleibt das definitiv bei den drei Bildern. Und mehr werde ich nicht machen. Aber war auf jeden Fall eine Erfahrung wert. So, wir haben jetzt für morgen einen Termin bekommen für einen Test. Ich hoffe, dass diese negativ ausfallen wird. Ich bin schon ganz gespannt. So Leute, ich mache jetzt gerade das Mittagessen. Es wird bei uns Nudelauflauf geben. Mir ist gerade der Name nicht eingefallen. Ich bin gerade schon fleißig dabei, die Küche unordentlich zu machen. Die Nudeln kochen gerade. Ja, und dann muss ich jetzt gleich nochmal Coaching und Käse schneiden. Und das dann alles mit der Soße zusammen in eine Auflaufform packen. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung, was ich für eine Soße machen soll. Deswegen gibt es heute einfach eine Magi-Soße. Ich esse heute eh was anderes. Und da habe ich jetzt einfach so eine Nudelschinken-Soße genommen. Das wird schon passen. Ja, ich möchte aber jetzt gerne nochmal kurz was ansprechen. Und zwar zum Thema meiner Verlosung. Und zwar, wie einige von euch wissen, ich habe eine Verlosung am Laufen gehabt. Und ich möchte jetzt gerne hier auflösen, wer gewonnen hat. Und zwar hat die liebe Lisa gewonnen. Ihr Kommentar war, ja, sehr spannend. Denn sie hat geschrieben, sie wünscht sich Badezusatz und Artikel fürs Baby. Also rund um das Thema Baby. Und da habe ich mal ein bisschen auf ihr im Instagram geguckt und gesehen, dass sie in der 34. Schwangerschaftswoche ist. Und dass sie im Juni ihr kleines Mäuschen bekommen wird. Also da erstmal herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, du wirst bis jetzt eine angenehme Schwangerschaft. Und hoffe, du wirst eine schöne Geburt haben. Hoffentlich eine sehr schmerzfreie Geburt. Das wünscht man ja jedem. Aber Leute, seid nicht böse, dass ihr nicht gewonnen habt. Ich habe jetzt noch einen kleinen Zusatz für euch. Und zwar werde ich jetzt gleich nochmal eine Person auslosen, der ich so ein kleines Überraschungspaket zukommen lassen werde. Vielleicht auch ein Paket aus... Paket, ja. Vielleicht auch ein paar Artikel aus der Wunschliste. Mal schauen, mal schauen. Ach komm Leute, ich werde eh irgendwas aus der Wunschliste mit reinpacken. Sind wir jetzt mal ehrlich, ich bin Alina. Wie könnte ich nur anders? Es werden jetzt nicht 25 Euro sein, Leute. Ich kann nicht jedem so einen Wunsch erfüllen. Weil ansonsten wäre ich pli-pli-pli schon, könnte den ganzen Monaten nur noch Kugeln essen. Aber so ein kleines Paket könnte ich der zweiten Person auf jeden Fall noch zusammenstellen. Und ein paar kleine, schöne Produkte, coole Produkte mit reinpacken. Ich würde mal sagen, ich los jetzt aus. Das werde ich auslosen. Bei der lieben Lisa konnte ich nicht anders. Ich würde Mutter, mein Herz hat einfach geschlagen. Mein Bauchgefühl, alles hat einfach geschrien. Lass die Lisa gewinnen. Und ich höre auf mein Bauchgefühl, ich höre auf mein Herz. Aber jetzt bei der zweiten Person werde ich es auslosen. Dann steht es nicht mehr in meiner Macht. Ich habe es nicht entschieden. Ja, ich werde euch jetzt mal hier hinstellen. Okay, so, ich habe hier die ganzen, whoops, die ganzen Krümelschen hier. Ich habe eure Namen da ja aufgeschrieben. Lassen wir mal, whoops, in der Schüssel gelandet. Und ich nehme das hier. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, wer es ist. Aber ich werde jetzt sehen, wer es ist. Bevor ich das aufmache, Leute, solltest du gewonnen haben, schreib mir gerne einen Kommentar unten. Vielleicht nochmal irgendwie eine E-Mail oder irgendwie irgendwas, wo ich mich bei dir melden kann. Weil sonst muss ich nach deinem Kommentar suchen. Es sind super, super viele Kommentare in den letzten Wochen dazugekommen. In den letzten Tagen vor allem. Ich sehe ja nicht immer nur ein Kommentar, was ihr unter das Video geschrieben habt, sondern alle eure Kommentare, die ihr geschrieben habt. Deswegen ist das für mich immer ein bisschen schwer. Aber ja, melde dich auf jeden Fall. So weiß ich, dass du mein Video gesehen hast. Und Bescheid weißt, dass du gewonnen hast. So, ich mache jetzt hier mal auf. Und gewonnen hat die, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, die liebe Janett Toll. Ich hoffe, auf jeden Fall heißt du so auf YouTube, ich habe die YouTube-Namen aufgeschrieben. Es würde mich mega, mega, meine Nudeln, es würde mich mega, mega freuen, wenn du mir einmal in den Kommentaren dein Okay schreibst, dass du das Video gesehen hast. Und, ja, gesehen hast, dass ich dich ausgelost habe. Ja, seid auf jeden Fall nicht traurig. Falls ihr nicht gewonnen habt, falls du nicht gewonnen hast, es werden auf jeden Fall noch viele, viele andere Verlosungen auf euch zukommen. Und es werden immer Chancen kommen. Und ja, ich würde mal sagen, ich mache jetzt das Essen weiter. Und dann zeige ich euch gleich, wie es aussieht. So sieht das Ganze bei mir aus. Hier sind jetzt die Nudeln. Da habe ich diese Puli-Nudeln oder wie auch immer die heißen. Hier habe ich dann die Soße. Ja, Leute, ich habe hier eine Fertigsoße genommen. Aber ich habe die nochmal selber gewürzt und nochmal meine Sachen da reingemacht. Ein paar mehr Kräuter und sowas. Damit das halt ein bisschen besser schmeckt. Leute, was ich euch zeigen wollte, ich schmeiße mal die ganzen Sachen in die Spülmaschine. Und dann habe ich hier solche weißen Flecken überall. Das ist nicht schwarz mehr, das ist weiß. Ich weiß aber auch nicht, wie ich das abkriege oder wovon das kommt. Bisschen komisch. So, dann habe ich hier meine Auflaufform. Dann habe ich hier ein bisschen Käse, weil ich habe kein Reibekäse mehr. Deswegen muss ich jetzt so normaler Gouda mithalten, entscheiden. Und dann habe ich hier mein Coaching und mein Käse, den ich später unterröhnen werde. Und da hinten bin ich für euch am Mampfen für ein Video zum Testen. Dazu soll es nämlich noch ein Video geben. So ein Rossmann vs. DM mit Food. Ja, jetzt habe ich schon ein bisschen was verraten. Aber egal, Leute. Auf jeden Fall bin ich gerade für euch am Snacken. Das Essen ist jetzt fertig. Das macht sogar noch Geräusche. Könnt ihr das hören? Ja. Auf jeden Fall, das essen wir jetzt. Das packe ich auf dem Teller. Und dann lassen wir uns das schmecken. Das schmeckt übel, übel gut. Ich habe schon da hinten so ein kleines Stückchen probiert. Und wir lassen uns das jetzt auf jeden Fall schmecken. So, Leute. Ich bin jetzt in der Küche. Ich bin wortwörtlich platt. Ich habe gerade so unglaublich lange mein neues Video geschnitten. Mein Daily Make-up Routine. Also das hat mich sehr viel Arbeit gekostet. Sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Vor allem, ich habe so lange gefilmt. Und dann musste ich die einzelnen Teile auch noch zusammenfügen. Und, und, und. Also das ist, glaube ich, das umfangreichste Video, was ich dieses Jahr gemacht habe. Aber ich habe es gern gemacht. Ich habe es gern für euch gemacht. Ich weiß, dass ein paar sich das gewünscht haben, dass ein paar Make-up-Videos kommen. Deswegen habe ich das auch mal gemacht. Ich bin jetzt in der Küche. Muss mich jetzt ein bisschen abregen, weil ich war die ganze Zeit auf die Monetarisierung von YouTube. Ich habe mir so, so unglaublich viele Videos angeguckt. Und dann haben alle berichtet, nach zwei Tagen Monetarisierung. Oh, was soll ich die nennen? Monetarisierung, Bestätigung bekommen von YouTube und, und, und. Ich war jetzt schon drei Tage und nichts ist passiert. Ja, man ist doch irgendwo so am Zweifel. Nicht, dass man abgelehnt wird. Aber ich fabriziere hier keinen schlimmen Content. Also ich glaube nicht, dass ich abgelehnt werde. Wäre auf jeden Fall echt schlimm für mich. Aber wir malen mal jetzt nicht den Teufel an die Wand. Das ist das richtige Deutsch. Und ja, wir machen jetzt einfach Pfannkuchen, habe ich mir gedacht. Ich habe mir Nutella bestellt bei Pascals Eltern. Die waren nämlich heute wieder für uns einkaufen. Ich muss später noch ein Food Haul drehen für euch. Ja, Nutella bei mir im Haus ist echt schlimm. Das sollte man vermeiden, weil ich neige dazu, wenn ich mal eine Fressattacke bekomme. Ich neige ja auch zu Fressattacken. Also wie soll man das anders nennen? Dann kann es auch passieren, dass ich mal so eine kleine Nutella-Dose, Glas, Dingsabummens, auf jeden Fall bis zur Hälfte aufesse. Ganz schaffe ich nicht. Aber ich weiß nicht, wie die sind da drin? Moment. Also so eine hier. Hier sind 450 Gramm drin. Also die Hälfte bei Fressattacke kann ich locker essen. Ohne Probleme. Deswegen ist Nutella so ein Ding. Aber Pascal isst kein Pfannkuchen ohne Nutella. Deswegen muss jetzt Pfannkuchen her. Und ich würde mal sagen, das machen wir jetzt. So, ich zeige euch jetzt, was ihr benötigt. By the way, ich habe das übrigens noch nie gemacht. Also zumindest dieses Rezept habe ich noch nie gemacht. Und ich habe mir das gerade bei Onkel Google rausgesucht. Und zwar braucht ihr dafür einfach eine Schüssel, Mehl, zwei Eier, 200 Milliliter Milch. Das weiß ich. Zucker, Salz und Mineralwasser. Die genauen Angaben werde ich euch auf jeden Fall in die Infobox mit reinpacken. Ich glaube, jeder hat so sein Rezept, was er macht. Ich glaube, ich bin die Einzige, die kein Pfannkuchen-Rezept im Kopf hat. Und naja, und sinnvoll wäre auf jeden Fall noch eine Küchenwaage. So Leute, das ist jetzt der Teig. Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass er so zu wässrig ist. Keine Ahnung, ich habe den irgendwie dickflüssiger in Erinnerung. Ich versuche das jetzt auf jeden Fall mal so und versuche mein Glück da hinten bei der Pfanne. Mal schauen. Ich bin gespannt. Also ich habe es ehrlich dickflüssiger in Erinnerung. Das ist nämlich voll, könnt ihr das sehen? Disch wie Wasser. Also Leute, der Erste ist schon mal gefailt. Der sieht nämlich so aus wie so ein verkruppeltes Herz, wenn man so guckt. Ich muss den, glaube ich, ein bisschen dickflüssiger machen. Oder ich lasse den jetzt so. Das wäre jetzt auch eine Variante. Ach, wir lassen den einfach so. Das sind jetzt meine Pfannkuchen-verkruppelte Herzen. Naja, nicht ganz rund, aber Leute, besser als das verkruppelte Herz. Ey, was soll denn das denn? Der war gerade eben rund. Ach Leute, egal. Ich zeige euch das gleich, wenn alles fertig ist. So Leute, ich bin fertig. Das ist jetzt Pascal seine Riesen-Kalorien-Bombe, die ich ihm gleich geben werde. Ich wollte das so ein bisschen stapeln. Hier ist gerade meiner. Ich habe meinen groß gemacht. So, und wenn der gleich fertig ist, dann essen wir. Und das lassen wir uns jetzt gemütlich schmecken. Ich hoffe, er kriegt einen Zuckerschock. So Leute, bevor ich mich jetzt bedready mache, denn wir haben schon spät. Und ich muss Hähneputzen, mein Gesicht waschen und ins Bettchen hüpfen. Aber bevor ich das... Was habe ich denn hier? Bevor ich das Video beende, möchte ich euch noch kurz was erzählen. Und zwar wurde ich gerade auf Instagram angeschrieben. Ich finde es immer super, super toll, wenn ihr mir auf Instagram schreibt. Ich schreibe auch immer schnellstmöglich zurück mit ein paar von euch. Schreibe ich ja schon auf Instagram. Und gerade eben hat mich dann jemand angeschrieben. Ich sehe das nicht immer sofort. Aber ich gucke mehrmals am Tag, ob mir jemand geschrieben hat. Dann steht da halt oben Anfragen. Und mir hat dann jemand geschrieben und schreibt dann so, hey, ich kenne dich. Erstmal so, hey, dann schreibe ich nach und dann schreibt er wieder nach. Und ich so, hä, Fragezeichen, ja, ich kenne dich. Ich dachte mir dann so, ja, woher kennst du mich? Durch Instagram, durch YouTube, keine Ahnung, woher kennst du mich? Und dann schreibt er einfach, ja, ich kenne dich aus München-Gladbach. Du hast da ja gearbeitet im Baumarkt. Ich wäre auf alles gekommen. Aber nicht, dass mich irgendjemand anschreibt, den ich nicht kenne. Aber er kennt mich wohl von meiner ehemaligen Arbeit. Also gerade eben stand ich ein bisschen auf dem Schlauch. Und dann habe ich dem erst mal so gesagt, ja, okay, keine Ahnung, hast du vielleicht mal ein Bild für mich? Und tatsächlich kam der mir jetzt bekannt vor, aber ich kann mit dem überhaupt nichts anfangen. So, keine Ahnung, woher kennt er mich? Ich habe noch nie mit dem ein Wort gewechselt. Wie hat er mich jetzt auf Instagram gefunden? Ich bin gerade so richtig auf dem Schlauch, wortwörtlich. Keine Ahnung, wie das enden wird. Und, ja, der hat mich jetzt gerade einfach stimpft gefragt, kriegt er eine WhatsApp-Nummer? Also er hat erst seine Nummer geschickt und ich so, ja, keine Ahnung, hier meine Nummer. Ich habe denen jetzt einfach meine Nummer gegeben. Vielleicht ist hier irgendwas. Keine Ahnung, vielleicht will er ja irgendwas Besonderes. I don't know. Ähm, ja, mal schauen. Aber ich gehe jetzt auf jeden Fall mich fertig machen. Wie das ausgegangen ist, werdet ihr im nächsten Vlog erfahren. Einmal Zähneputzenhaare zur Seite machen und dann ins Bett. Ich würde auch an dieser Stelle gerne das Video beenden. Ich hoffe, euch hat dieser kleine komische Vlog gefallen. Ich würde mich mega, mega über ein Däumchen nach oben, über einen Kommentar und über ein kostenloses Abo freuen. Vergesst nicht, das Glück hier zu aktivieren. Und, ja, ich würde mich mega freuen. Ihr werdet dann benachrichtigt, wenn ich ein Video hochgeladen habe und an den Gewinner. Vergiss nicht, mir unten in den Kommentaren zu schreiben. Die liebe Lisa hat mir ja schon geschrieben und beziehungsweise geantwortet. Und ich glaube, das war die Janett. Janett, schreib hier unbedingt mal unten in die Kommentare rein und melde dich, damit ich weiß, dass du deinen Gewinn annimmst. Annimm es aber jetzt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben.